Ich glaube ich schaue mich noch mal um. Markiert, markiert, morkiert, flankiert und anvisiert. Auslernereimen ohne zu schleimen, blablabla. Kennen wir ja schon. So, jetzt wird mal schauen. Ich glaube ich gehe hier mal um. Vielleicht gibt es ja irgendwas schönes. Es soll ja ja auch Secrets geben, sowas wie Tora's Hammer, den ich mit Sicherheit komplett übersehen habe. Wow, da geht es auf jeden Fall los. Kontrollpunkt erreicht. Ah, Raid Design. Viel zu viele Gegner, würde ich mal sagen. Ah, das Ding können wir hacken. So Jungs, wenn ihr könntet, dann legt mal los. Das sind mehr als genügend Ziele. Guckt, ob was gehackt will kommen. Und hacken. Ausgeschaltet. Sichtfeld blockiert. Und hacken. Komm. Wunderbar. Ah, hier haben wir doch noch was sehr schönes. Können wir doch gleich mit hacken. Energie jetzt mal aus. Wir sollten hier eigentlich in Sicherheit sein. Hoffe ich zumindest. So, was haben wir denn da schönes. Hm. Ne L-Tag. Nein, da behalte ich mal ne Stealth lieber. Hm. Schade. Ja, dann holen wir uns doch mal die hübschen Sachen hier. Ach, jetzt haben die Jungs uns, glaube ich, gesehen. Oh. Munition, alles Roger. Alles Roger auf Kambodscha. So, wollen wir nochmal schauen, Jungs. Oh Mann, ist da viel los. Ja, wir gehen hier nochmal raus. Komm mal hoch. So, wirst du da schon wieder. Du bist deaktiviert, das finde ich unschön. Upsala, komm hoch. Kannst du aber ein bisschen weiter Radale machen, mein Freund. So, gibt's hier irgendwas Schönes zum Einsammeln? Ja, das machen wir nicht. Oh, Spezialmunition. Typhon, ey. Typhon könnte ich mir vorstellen, dass die im Nahkampf, also bei Multifair, sogar gar nicht mal so schlicht sein könnte. Oh, dann haben wir noch einen Zieh, ey. Oh, dann haben wir noch einen Zieh, ey. Niedrige Energie ist auf jeden Fall nicht so... Verdammte Scheiße. Komm. Das hat doch ganz gut geklappt. Den haben wir erledigt. Mal schauen, wo ist unser Pfeil hingeflogen? Ah, die haben das Ding wieder deaktiviert. Hey, was soll das? Was soll das? Was soll das? Ah. Mist, Kerl. Aua. Was zum... Nee, 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 komm. So, weg mit dem Teil. Autsch. Ja, wo sind unsere Pfeile? Die sollten wir uns wiederholen. Da haben wir einen Pfeil. Wir haben auf jeden Fall wieder Munition. Äh, ein paar Pfeile sind leider zu schütt gegangen. Verdammt mich. Und da haben sie das Ding ja schon wieder deaktiviert. Man, kann es denn wahr sein? Na, komm, hoch. Verteidige dich doch mal, du Turm. So. Schön auf Tarnung. Auf jeden Fall kommen wir hier dann noch fröhlich wieder zurück. Hey, ich pfeife auf das Pinch-Gewehr. Okay, hier ist einiges los, Jungs. So, schnell, 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 schnell. Auch mal nach hinten schauen. Nicht, dass wieder irgendwer von hinten meint, uns glücken zu müssen. Und ja, ich weiß, dass das falsch klingt. Oh, guck mal, wie süß. Nimm, 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 nimm. Ah, ja. Der verträgt nur anscheinend wieder etwas mehr. Wie unschick. Okay. Dann handen wir mal. Welchen nehmen wir denn mal? Oh, ja. Die machen Spaß. Die sind toll. Uuuh. Wunderbar. No. Wieder einer weniger. Gleich haben wir dich auch deaktiviert. Erstmal wieder abwarten. Energie voll. Und BAMS. Keine Munition mehr. Na gut. Dann nehmen wir doch mal jetzt Exusiv-Pfeile. Und wo muss da hier noch irgendjemanden rumkrebsen, oder? Waren das jetzt echt schon alle? War ich den irgendwie beide auf einen Schlacher legt? Ah, da haben wir die Batterie. Und? Ausgescheidet. Zumindest das will ich nicht. So, hoppala. Ui, ja, ja. Na, komm mal wieder nichts so hoch. War wieder klar hoch. Wo geht's denn hier lang? Wo geht's bitte in die Front? Verdammt. Ja, das sieht doch gut aus. Naja, wenn wir hochkommen würden. So. Ah, hier sieht's besser aus. Apropos mal wieder das Visier angemacht. Nicht, dass hier wieder... ...ne böse Überraschung auf uns wartet. Ah, verdammt. Ach, Menno. Dat war wie ein Knallfrosch. Ach, da ist ja noch einer. Wut, 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 wut. Na, komm. Für dich. Na, hier jetzt aber hier mal, ne? Kachles, weg mit dir. So. Was, hinter uns? Ja, ich muss, glaube ich, die Mausempfindlichkeit wirklich ein bisschen runterstellen. Also in hektischen Situationen schieße ich wirklich nicht gerade zielgenau. Das kann's ja nicht sein. Vor allem, wenn ich mich an Multiplayer dran wage, ist das vielleicht ganz hilfreich. Mann, bin ich alt geworden und langsam. So, Munition. Können wir auch Granaten mitnehmen? Aber nicht. Was immer da schön ist? Springmeister Ska. Hm. Die Gausser Botgun. Welche war denn das? Welche war denn das? Safety Ska 1. Das ist die... Ha, die gefällt mir so gut. Eigentlich nehmen wir kurz die Springmeister. Wow. Schickes, kleines Ding. Trotz allem möchte ich wieder die da mitnehmen. Man weiß ja nie, ob man die schon hat oder nicht. Daher, das gucken wir mal. Und da haben wir wieder mal eine schöne Info. So, weiter. Hä, ja. Okay. So, wollen wir mal schauen. Wollen wir mal mein Ziel? Da oben haben wir mal mein Ziel. So, wie komme ich denn da hoch? Sagt mir das mal. Da geht's doch lang. Sieht gut aus. Na, noch jemand, der hier auf mich wartet? Nee, das sieht nicht so aus. Ja, los, Baby. Ja, los, Baby. Ich liebe es, wenn's so knallt. War nicht anders zu erwarten, dass die sich direkt wieder sammeln müssen hier. Na, wollen wir mal schauen. Können wir nicht von hier oben rennen? Oh ja, komm her. So, komm, 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 Körn. Energie voll. Köpfchen, zeig dich. Und runter. Hoch. Das ist ja theoretisch auch die Wumme, die ich eigentlich gar nicht dafür jetzt einsetzen wollte. Aber sie macht auch Spaß. Ach, komm, hier. Wo versteckst du dich dahinter, du kleiner Feigling? Wir haben hohe Gefahr, wegen dir oder was? Komm, Noana, und erledigt. Gute Nacht. Jetzt haben wir natürlich keine Munition dafür, dass wir dieses Ding. Mal schauen, ob wir noch irgendwo spezielle Munition finden. Schade, schade, schade. Naja, wir werden schon wieder was finden. Und da bin ich mir ganz sicher. Irgendwo hatten wir ja hier auch noch spezielle Munition. Und bis dahin gehe ich mal auf mein Schätzchen zurück. So. Hallo, Jungs, wo seid ihr denn? Versteckt euch doch nicht. Boah, das ist aber unfair. Ich komme doch extra zum Spielen. Hm. Alles klar. Schön hier hinter, weil Energie. Hm. Ach nee, Granatos wollte ich gerne haben. Wollte mal schön mit der Granate wer... Äh, Hapsalat. Mist. Gnall auf Grumpf. So, wartet mal, wartet mal. Wieder auch normale Pfeile, natürlich. Oh, jetzt haut der auch noch ab. Kein ist denn. Also. Hm. Oh, Mensch, Jungs, was soll denn dieses dumme Spielchen? Na, komm. Fall doch in die um, du. Meine Güte. So, jetzt war wir wieder hier hin. Energie aufladen, dann holen wir uns unsere Pfeile und dann geht's fröhlich weiter hier. Oh, da können wir aber zuvor noch mal schnell die Granaten hier einsammeln. So, dann ist die Jagd mal angesagt. Hallo, Freunde, ich komme euch zu holen. So, erstmal wieder die Pfeile eingesteckt. So, mal sehen, tut ihr mich nicht? Nö, das ist gut. Ja, drei haben wir noch. Ja, komm. Aua, 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 aua. Oh, wir haben Pfeile zurückgelassen. Wir lassen keine Pfeile zurück. so miste 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 was macht man immer gegen den vielleicht versuche ich noch mal mit den granaten oder nicht ab kleiner für dich habe ich immer einen pfeil über so na bitte geht doch weil sonst sieht mich keiner vorsichtshalber deckung energie aus die möchten wir noch aufheben aber damit können wir es gleich mal versuchen